Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute Abend, heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Video präsentieren. Wir wollen uns mal angucken, was es im Jahr 2024 Neues im Sonnenwendfest gibt und dazu dachte ich, machen wir ein kurzes Video, denn es ist nicht sonderlich viel. Das erste, was ihr wissen solltet, ist, dass es wieder mal ein Manuskript gibt und zwar Klippen, Wilddrache, Sonnenwend, Festrüstung ist das. Diese könnt ihr erhalten, indem ihr euch bei dem Eventboss anmeldet und zwar Frost, Fürst, Ahune und das kann in dem Beutel hier drin sein. Es ist jetzt so, dass Blizzard das System ein wenig geändert hat und zwar ist es jetzt Battle.net Account weit, dass ihr es nur einmal pro Tag bekommen könnt. Also ihr müsst eigentlich nur mit einem einzigen Char pro Event jeden Tag quasi den Boss umhauen und dann habt ihr immer nur eine Chance das Ding zu kriegen, aber mit jedem weiteren Try erhöht sich eure Chance. Also ihr habt im Endeffekt eine neue Bad Luck Protection und die soll auch für andere Events gelten. Heißt ab sofort immer nur noch mit einem Char die Events jeden Tag machen und dann hat man bis zum Ende des Events sollte man zumindest dann sein Manuskript haben. Bei mir war es tatsächlich am ersten Tag drin, also ich hatte es gestern direkt rausgezogen und dementsprechend hat der Spaß bei mir schon ein Ende. So, jetzt schauen wir uns an, was es noch gibt. Das sind nur noch zwei Sachen und zwar beim Händler gibt es einmal ein Schild, was neu ist, Sicherung des Sonnenwendfests, das ist das hier. Und dann gibt es noch einen Rücken, beides sind natürlich kosmetische Items und da haben wir einmal den Mantel des Sonnenwendfests. Haben ein ähnliches Design, also kann man bestimmt auch schick zueinander kombinieren und dann sind natürlich ewig viele alte Items dabei von Toys, Pets und Konsorten. Wenn euch die Sachen interessiert, schaut euch meine alten Videos an, da habe ich die auch schon mal ausführlich gezeigt, die Sachen. Genau, das sind im Endeffekt die drei neuen Sachen. Jetzt würde ich sagen, wir lernen das Manuskript schnell und porten uns einmal weg und schauen uns das mal an, wie das aussieht, das Ding. Übrigens, diese Währung, die ihr hier bekommt, die Brandblüten, die könnt ihr über verschiedenste Aktivitäten erspielen. Da, wo ich jetzt gerade stand in SW, haben wir ja Daily Spots, wo wir einfach tägliche Quests abschließen können. Wenn ihr in dem Event-Dungeon anmeldet, kriegt ihr jedes Mal über den Sack quasi auch diese Blüten und die beste Möglichkeit, das Ganze zu farmen, sind schlichtweg die Feuer, die wir auf der ganzen Welt verteilt haben. Und da muss ich sagen, macht es Sinn, sich einen Addon draufzuziehen. Da gibt es verschiedene, also mit Handynotes kann man das machen, aber auch mit dem Addon, das ich habe. Und zwar, ich habe da Candy Buckets und dann habt ihr quasi diese ganzen Feuer hier auf der Map, auch in allen möglichen Expansions, die fliegt ihr einfach ab und da kriegt ihr die Brandblüten. Müsst ihr halt immer das Feuer anklicken und die Quest abgeben. Das ist, wenn ihr ein Feuer löschen oder Feuer ehren. So, jetzt gucken wir uns noch das Manuskript an, das war jetzt Klippenwilddrache und das müsste einmal hier eine Vorlage sein. Jetzt weiß ich jetzt bloß nicht genau, wo das drin ist. Ähm, vielleicht zeige ich es euch lieber auf WoW Head, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo das jetzt hier genau drin ist. Ich dachte eigentlich, das ist ein vorgefertigtes, ne. Ist es aber anscheinend nicht. Naja, wir machen das anders. Ich zeige euch das auf WoW Head. Bis ich das jetzt da rausgesucht habe, dauert es, glaube ich, ein wenig zu lange. Und zwar ist das quasi diese Ausrüstung. Wir haben da so ein paar Blümchen mit dabei. Ähm, hier den Sattel mit dem Emblem auch. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Und, ähm, ja. Das ist quasi, äh, einmal dieses Manuskript, was wir da holen können. Juti. Das war's eigentlich schon, was ich dir zeigen wollte. Ich werde jetzt noch ein bisschen umfliegen, mir diese ganzen Brandblüten holen für die zwei T-Mocks. Wichtig, das Schild solltet ihr halt, ähm, auf einem Charm machen, der das auch direkt lernen kann, ne. Also Parler, Worry oder Schamane. Und der Rücken, der bleibt sicher gleich. Das können ja quasi alle Klassen lernen. Juti. Dann, ähm, was das? Sollte ich irgendwas vergessen haben, wenn ihr noch was entdeckt habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tillar. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin.